Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Grüß Gott, meine Lieblingskinder! Heute erzähle ich euch das Märchen vom Wolf und den sieben jungen Geißlein. Eine Geiß hatte sieben Junge, die sie gar lieb hatte und sorgfältig vor dem Wolf hütete. Eines Tages, als sie ausgehen musste, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte, Liebe Kinder, ich muss ausgehen und Futter holen. Wart euch vor dem Wolf und lasst ihn nicht herein. Gebt auch Acht, denn er verstellt sich oft. Aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Mäh, hütet euch, wenn er erst einmal im Haus ist, so frisst er euch alle miteinander. Darauf ging sie fort. Bald aber kam der Wolf vor die Haustüre und rief, Liebe Kinder, macht mir auf, ich bin eure Mutter und hab euch schöne Sachen mitgebracht. Die sieben Geißerchen aber sprachen, Unsere Mutter bist du nicht, die hat eine feine, liebliche Stimme. Deine Stimme aber ist rau, du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Krämer und kaufte sich ein Großstück Kreide. Die aß er und machte seine Stimme fein damit. Danach ging er wieder zu den sieben Geißlein, Haustüre und rief mit feiner Stimme, Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter, jedes von euch soll etwas haben. Er hatte aber seine Pfote an das Fenster gelegt, das sahen die sieben Geißerchen und sprachen, Unsere Mutter bist du nicht, die hat keinen schwarzen Fuß, wie du, du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Bäcker und sprach, Bäcker, bestreich mir meine Pfote mit frischem Teig. Und als er das getan war, ging er zu Müller und sprach, Müller, streu mir dein weißes Mehl auf meine Pfote. Der Müller sagte, nein, wenn du es nicht tust, so fresse ich dich. Da musste es der Müller tun. Darauf ging der Wolf wieder vor der sieben Geißlein, Haustüre und sagte, Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter, jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen. Die sieben Geißerchen wollten erst die Pfote sehen und wie sie sahen, dass sie schneeweiß war und den Wolf so fein sprechen hörten, glaubten sie, es wäre ihre Mutter und machten die Türe auf und der Wolf kam herein. Wie sie ihn aber erkannten, versteckten sie sich geschwind, so gut es ging. Aber der Wolf fand sie alle und verschluckte sie. Außer das Jüngste in der Wanduhr, das blieb am Leben. Wie der Wolf seine Lust gebüßt, ging er fort. Bald darauf kam die alte Geiß nach Haus. Was für ein Jammer! Der Wolf war da gewesen und hatte ihre lieben Kinder gefressen. Sie glaubte, sie wären alle tot. Da sprang das Jüngste aus der Wanduhr und erzählte, wie das Unglück gekommen war. Mäh, mäh, mäh! Der Wolf aber, weil er sich voll gefressen war, auf eine grüne Wiese gegangen, hatte sich in den Sonnenschein gelegt und war in einen tiefen Schlaf gefallen. Die alte Geiß dachte daran, ob sie ihre Kinder nicht noch erretten könnte, sagte darum zu dem jüngsten Geißlein, Mäh, nimm Zwirn, Nadel und Schere und folg mir nach! Mäh! Darauf ging sie hinaus und fand den Wolf schnarchend auf der Wiese liegen. Da liegt, Mäh, der garstige Wolf, sagte sie und betrachtete ihn von allen Seiten. Nachdem er, Mäh, zum Vieruhrenbrot, meine sechs Kindlein heruntergefressen hat, gib mir einmal die Schere her, ach, wenn sie noch lebendig in seinem Leibe wären! Damit schnitt sie ihm den Bauch auf und die sechs Geißerchen, die er in der Gier ganz verschluckt hatte, sprangen unversehrt heraus. Sie hieß sie gleich hingehen und große und schwere Wackersteine herbeitragen. Damit füllten sie dem Wolf den Leib, nähten ihm wieder zu und liefen fort und versteckten sich hinter einer Hecke. Als der Wolf ausgeschlafen hatte, so fühlt er sich so schwer in seinem Leib und sprach, Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum, es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Was ist das? Ich hab nur sechs Geißerchen gegessen. Er dachte, er wollte einen frischen Trunk tun, das mögt ihm helfen, und suchte einen Brunnen. Aber wie er sich darüber bückte, konnte er vor der Schwere der Steine sich nicht mehr halten und stürzte ins Wasser. Plitsch, platsch! Wie das die sieben Geißerchen sahen, kamen sie herzugelaufen und tanzten vor Freude um den Brunnen. Yippie, 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 yay! Ende der Geschichte Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.